Nja, ich... Nja, ich... Ich habe keinen Cock. Aber vielleicht kann ich mich irgendwie nützlich machen. Einmal wein, der Herr. Ja, wein. Naja, auf die Art und Weise kann ich mich hier ein bisschen umsehen und das Ticket verdienen nach Bärstadt, ne? Was hat er gesagt? Drei Millionen? Die... Die Sache kann ich mir wohl abschinken. So jetzt, noch ein Kaffee für den Führer. Naja, eine Lok gibt's ja nicht mehr in so einem Zug. Auf den Cock heißt das jetzt. Da gibt es zwei. Einen vorne und einen hinten. Ich muss ja wohl nach vorne. Ja. Ach, sogar Fernsehen gibt's hier. Die Die Musik